So, nachdem ich euch jetzt einen kleinen Einblick in die Energiearbeit gegeben habe und auch eine erste Übung, wie du Energien lenken kannst und wahrnehmen kannst, wollte ich jetzt etwas mehr in die Details gehen, die verschiedenen Methoden, die man in der Energiearbeit anwendet und auch, wie wir die Ausbildung in energetischer Heilung aufbauen. Also zuerst ein wichtiger Teil in dieser Ausbildung wird sein, dass du deine Schwingung erhöhst. Weil das ist, wenn du jetzt einen Kunden hast, dem du helfen willst, einen Weg der Heilung zu gehen, natürlich spielt die Methode eine wichtige Rolle, die Methode, die du anwendest für diesen Kunden, aber es spielt auch eine wichtige Rolle und sogar eine noch größere Rolle, in welcher Energie, in welcher Schwingung du gerade bist. Deine Ausstrahlung unterstützt auch deinen Kunden in seiner Heilung. Und wenigstens genauso viel wie die Methoden der Energiearbeit, die du anwendest. Und darum ist es mir sehr wichtig, da legen wir viel Wert darauf, dass du deine Energie lenken kannst. Es geht darum, dass du eben mit deiner Schwingung generell raufgehst, aber du wirst auch nicht zu weit weg vom Kunden sein, weil sonst werdet ihr euch nicht verknüpfen können. Sonst wirst du erscheinen wie ein irgendein erleuchtetes Wesen, und der wird sich denken, da bin ich aber gar nicht, das passt nicht. Also er muss sie schon in dich erkennen dürfen auch. Also es geht darum, dass du deine Schwingung erhöhst, aber ganz bewusst lenken kannst, mehr oder weniger auf wie viel du sie erhöhen willst, angepasst zu deinem Kunden, angepasst, was er gerade braucht und was du dann auch mit ihm machen wirst. Also das ist ein Teil unserer Ausbildung, dass du lernst, deine Schwingung eigentlich zu beeinflussen, aber halt positiv gesehen zu beeinflussen. Und dann gehen wir natürlich auch auf verschiedene Methoden der Energiearbeit ein. Es gibt natürlich hunderte Methoden. Ich habe jetzt einige ausgesucht, die einfach einen breiten Einfluss haben. Das ist nicht das richtige Wort auf Deutsch, aber die einfach viel bewirken. Das eine ist, wir werden mit Quantum Touch beginnen. Das ist sehr ähnlich wie Reiki, nur kommt hinzu, dass du nicht nur die Energie vom Universum leitest, sondern auch die Energie der Mutter Erde. Finde ich sinnvoll, weil wir sind halt nicht nur Seele, sondern wir haben auch diesen physischen Anteil. Wir haben auch eine Körperintelligenz und die darf auch unterstützt werden. Und diese Unterstützung bekommst du hauptsächlich, indem du die Energie der Mutter Erde durch dich channelst und eben dem Patienten, Kunden weitergibst. Bevor ich es noch mal vergesse, alles, was wir jetzt zusammen machen, werden an Methoden, kannst du sowohl für die Tiere als auch für die Menschen anwenden. Da mache ich überhaupt keinen Unterschied. Wir arbeiten an der Energie, wir arbeiten am energetischen Feld und es macht keinen Unterschied, ob das dann von einem Tier ist oder von einem Menschen ist. Manchmal müssen wir die Methode ganz wenig anpassen, aber die Grundidee, die Grundmethode bleibt immer die gleiche. Gut, dann eine andere Methode. Wir werden natürlich viel an den Chakren auch arbeiten. Die Chakren, das sind die Energiezentren im Körper und es gibt sieben Hauptchakren im Körper und das sind auch die sieben, mit denen wir arbeiten werden. Es gibt natürlich mehr Chakren, aber wenn diese sieben Chakren, weil jeder für sich perfekt arbeitet und sie sehr gut zusammenarbeiten, bist du schon sehr gut unterwegs. Alles andere ist dann noch ein Feinschliff. Aber es ist mal gut, diese sieben Chakren ins Gleichgewicht zu bringen, eben jeder für sich und als großes Ganzes. Dann werden wir auch die Hilfe von Essenzen, zum Beispiel Blumenessenzen nehmen, Bachblüten, australische Buschblüten, die helfen sehr, das Energiefeld zu beeinflussen, bestimmte Traumen aufzulösen, bestimmte Emotionen auszugleichen, Gedankenmuster ein wenig zu ändern, zurück in die Urschwingen zu kommen. Also die haben einen sehr schönen Einfluss auf Körper, Geist und Seele, je nachdem, welche Blüte wir dann nehmen. Und hier gehen wir gleich den fortgeschrittenen Teil an, dass du nicht die Bachblüte an sich als Essent, also als Tropfen, als Flüssigkeit weitergibst, sondern du gibst die Information von dieser Blüte weiter. Und mir verrate ich dir nicht, weil das machen wir dann zusammen. Aber das ist eben der fortgeschrittene Teil, der sogar noch kraftvoller ist manchmal, als wenn du wirklich die Flüssigkeit nur weitergibst. Wir werden natürlich großen Wert auch auf Visualisierungsarbeiten machen, weil das meiste der Energiearbeit geht über Visualisierung. Du visualisierst, wie du dich mit dem Universum verbindest und die Energie durch dich fließt. Und dann erst wirst du spüren, wie die Energie durch dich fließt. Und dann weißt du, okay, das kann ich dir auch weitergeben. Du wirst dir visualisieren, wie du die Information von der Bachblüte zum Kunden schickst. Dann wirst du spüren, dass diese Energie rübergeht und der wird dir auch gleich Feedback geben können, stimmt, es kommt an. Aber der erste Schritt ist fast immer Visualisierung in der Energiearbeit. Und da werden wir uns wirklich sehr stark darauf konzentrieren, weil jede einzelne Übung legen wir Wert auf dieses Visualisieren. Damit ist schon 90 Prozent der Arbeit gemacht. Also du in deiner Schwingung super visualisieren können und dann, wenn du willst, machst du noch eine kleine Methode. Er hat eben spaßhalber gesagt. Aber ein bisschen so ist es schon aufgebaut, die Energiearbeit. Genau. Wir werden natürlich noch andere Sachen auch machen. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen. Da findest du alles auf der Internetseite perfekt aufgelistet. Nur, was mir noch wichtig ist zu sagen, am Anfang dachte ich, okay, ich mache nur reine energetische Heilung. Aber ich habe ganz klar die Botschaft bekommen, das reicht nicht. Wir dürfen, sollen, müssen auch Elemente der schamanischen Heilung mit reinnehmen. Zum Beispiel Seelenanteile zurückholen, Fremdanteile wegschicken, Karma auflösen, beziehungsweise dich von karmischen Verstrickungen lösen. Da werden wir eben auch schamanische Heilmethoden machen. Aber das sind jetzt nicht die, wo wir da trommeln wie verrückt und irgendwelche Sachen rauchen, um in Trance zu kommen. Sondern wir basteln das um, dass es eben auch Visualisierungsarbeiten gibt. Dass es eigentlich eine Heilmeditation ist, eine Heilreise ist. Also wir passen das an an dieses Energetische. Aber diese Methoden sind sehr kraftvoll vom Schamanismus. Und da kannst du binnen kurzer Zeit große Traumen lösen. Und dann kommt zum Beispiel noch die Bachblüte dazu oder noch ein Mantra dazu oder ein Gebet oder was auch immer, um das richtig so abzuschließen. Aber mit der schamanischen Heilung kommst du sehr schnell so zack an den Punkt, heilst es und es ist schon fertig. Es ist gemacht. Genau, und Ziel von dem Ganzen ist, dass du einem Tier oder einem Menschen helfen kannst, wieder in seine Urschwingung zurückzukommen, wieder in den Flow zu kommen, wieder verbunden mit seiner Körperintelligenz und mit seiner Seele auf seinem Willensweg gehen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir werden uns da eben noch gemeinsam anschauen, was bedeutet genau Heilung. Aber so hast du schon mal so einen Überblick. Genau, und eine Sache, bevor ich vergesse, also wiederum, habe ich wiederum vergesstet, wir werden auch mit dem Pendel arbeiten. Mit dem Pendel arbeiten macht so viel Spaß, das wirst du sehen. Am Anfang ist das ein bisschen komisch, aber wenn du bis drin bist, es macht so viel Spaß. Und natürlich nicht nur Spaß, es ist auch sehr wirksam, aber es macht sehr viel Spaß. Und wir werden da mit Pendeltafeln arbeiten. Schau mal, die meisten habe ich auf Französisch ausgedrückt. Einmal zum Beispiel da. Da ist zum Beispiel eine Pendeltafel auf Deutsch. Es glänzt halt ein bisschen. Ich denke, ein bisschen kannst du schon lesen. Das ist zum Beispiel eine Pendeltafel, wo du dann schauen kannst, okay, dieses Problem gibt es beim Menschen oder beim Tier. Was ist der Ursprung? Ist es eine übernommene Fremdenergie? Ist es ein Trauma aus diesem Leben? Ist es ein Trauma aus einem früheren Leben, das geheilt werden will? Kommt das von einer karmischen Verstrickung? Und das kannst du mit dem Pendel eben dann auspendeln und die Antwort finden. Und dann weißt du, welche Methode du anwenden kannst, um in die Heilung zu gehen. Mit dem Pendel kannst du auch zum Beispiel schauen, also ein Vorher-Nachher. Ich habe ja schon öfters von Schwingung geredet. Du kannst testen. Das wird halt in der Energiearbeit meistens mit der Bovi-Tafel gemacht. Ich glaube, da habe ich auch eine. Wo du dann schauen kannst, wie viel Bovis schwingt der. Das ist eigentlich, wie viel Energie hat der. Du kannst es dir weniger vorstellen. Das ist zum Beispiel eine Bovi-Tabelle. Oder dann, hier wirst du dann pendeln und der wird dir dann anzeigen, ah, jetzt ist der Kunde auf so viel Bovis. Ich kann es jetzt nicht lesen, ich glaube 14.000. Dann machst du deine Heilarbeit, bla bla bla. Sitzung ist abgeschlossen und dann misst du wieder. Und dann siehst du, ah, jetzt schwingt der schon viel höher, ist schon bei 100, was steht da? 180.000 Bovis. Also das finde ich sehr spannend, mit dem Pendel zu arbeiten. Du hast einerseits, kannst du dank dem Pendel schnell herausfinden, wo liegt die Ursache vom derzeitigen Problem. Und dann weißt du auch, welche Methode du anwenden kannst, um in die Heilung zu gehen. Und die andere Anwendung, du hast ein schönes Vorher-Nachher-Bild. Auch bei den Chakren. Du kannst messen, auf wie viel Prozent schwingt das eine Kapazität, jetzt schwingt dieses eine Chakra, zum Beispiel sind es dann nur 50 Prozent, du machst eine Heilarbeit, du testest danach, ah, super, jetzt ist der auf 100 Prozent, perfekt. Also das hilft dir, ein wunderschönes, konkretes Feedback zu haben, von dem, was du gemacht hast, damit du auch weißt, okay, ist für heute genug, da können wir abschließen, oder nein, wir müssen noch weiter tun, bevor ich diesen Kunden wieder in die Wildnis lasse. Genau, das ist mal, da wollte ich dir mal heute eben ein wenig über die Ausbildung an sich erzählen, und eben alle Details findest du auf meiner Internetseite, ich setze dir immer den Link in der Beschreibung, da kannst du alles in Ruhe durchlesen. Und wenn irgendetwas noch unklar ist, schreib mir eine E-Mail unter office.laurentamann.com, dann kann ich dir da bestmöglich helfen, mir Klarheit zu finden. Alles, alles Liebe und bis bald. Ciao, ciao. 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 . Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020